So da da, hallo und einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich. Einen wunderschönen Samstagabend. Und jetzt sollte ich vielleicht darüber schreiben, dass ich ihn auch lesen kann. Das wäre natürlich vorteilhaft. So. Äh, ja. Oh. Hm, fünfter, neunter, ist welch da verschluggen. 23, 155. Das müsste echt was gewesen sein. Huh, Filiani. Na, bist du schon schön am Motz runterladen? So, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung mehr, was ich als letztes für einen Gegenstand gefunden habe. Das ist ein Blutproblem. Wenn wir jetzt wieder auch alle Türen zu sind, oder? Ja. Ja, natürlich. Was habe ich jetzt gut? Apartment 1F-Gut. Apartment war... Das glaube ich, oder? Das B. Aber er hat den Universal-Schlüssel, glaube ich, halt, oder? Genau. Wo ich einmal alles durchgehen muss. Warum? Weil ich dir gesagt habe, dass es Mods gibt dafür? Ja, ur-viele. Für Färbemittel und andere Augen und, und ich glaube, Freebuilds von Charakteren und lauter ähnliche Sachen. Blöd ist halt nur, dass die Mods auch da die, äh, auf Folge halt, deaktivieren. Ich hatte zum Beispiel 1 Satz ehrlicherweise für eine etwas größere, äh, Partygröße. Also ich habe einen fünften Charakter mitgenommen immer. Weil ich halt gerne einen Magier dabei haben wollte. das war nicht der. Der Verdächtigt und so. Die Musikinstrumente sind in deiner Wohnung da. Da verdächtig wird so viele Musikinstrumente sind in deiner Wohnung da. Geh' mir nicht verhebt. Die Football-Cheer. Das ist für ein paar Riesendusche. Dusche A smashed mirror you've noticed a lot of smashed mirrors in the prefecture it reminds you of the mirrored world Oh, das hat vielleicht damit was zu tun A letter from the owner While I was outside playing my harmonica your son asked to look at it to run away with it Safe is locked Why do I need the harmonica? I think And I like the character structure So, grundsätzlich Hmm Is there a Reinigung? Reinigungsfreak So little bleiche as they are together Or is there Where a victim, right? Oh 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 2,3,4,5,5,5,6,6,6,6,7,8,1,3,6,7,7,7,7,7,8,7,7,8,0,1,0,1,0. auch hier eine leere wohnung wieder und ich war jetzt auch nicht überall schauen wir da noch kurz rein ja vorstehendigkeit halber also ich glaube das hat was mit dem wo das irgendwo Kinderzimmer da halt genau der mit 1F ich bin gespannt wie die baldos geht gefällt Filiani ahja cool ja wenn du mitgeben kannst solltest du einen Nahkämpfer nehmen solltest du trotzdem schauen dass du ihm zumindest irgendwie auch einen Bogen oder eine Armbrusse oder sowas ausrüsten kannst weil das ist schon sehr hilfreich das hat mir schon oft geholfen ähm weil grad der Nahkämpfer wenn du das nicht in den Schurkenspiel seid oft ein bisschen mehr Beweglichkeit also kann er natürlich weiter laufen in seiner Runde ähm aber grad am Anfang sind die Nahkämpfer schon das ist ja beheblich und können nur kleine Züge machen und dann laufen die machen wir halt gegen eventuell ein bisschen davon ja ähm da fand ich das schon sehr praktisch dass ich meinem das ist irgendwie verdächtig ähm oh ahja meinem meinem Nahkämpfer halt einen fetten äh fette Anbus in die Hand gedrückt hab weil ich hab halt einen Kämpfer gespielt mit Kampfmeister bei meinem Hauptcharakter sowas mit einem Zweihänder äh ob es da nichts gibt mhm verdächtig oder ich hab da schon wieder dass der Monat oben schwarz wird jetzt geht mal ein bisschen auf die Eier ob es da nichts gibt kann man nicht glaub ich nicht mhm ah vielleicht ist da wieder Knopf da aha vielleicht ist da wieder Hebel vielleicht ist da wieder Hebel ja ahja er war nicht da okay As you take out the harmonica the bird suddenly starts to come to life it seems like it's waiting for you to play you have the harmonica but you aren't sure what song you play okay children's pictures and old wirklich scheiß mich an diese Mode wirst du bestimmt nicht installieren a rotting pig carcass a rotting pig carcass a rotting pig carcass a locked briefcase there is a place to insert a key use briefcase key the briefcase pops revealing a silly piece of paper looks like a sheet music this guy with the harmonica left his briefcase here try not to trash it he spent a lot of money here a meat scale bei dir muss es eh eine fast pimper mod sein Solltest du einen Nahkämpfer spielen, kann ich dir genauso mit zwei Händen z.B. Ich weiß nicht, ob das dem Spielstil entspricht, aber solltest du sowas in Betracht ziehen, dann kann ich dir empfehlen, gegen Ende des Tutorials trifft man einen Gegner mit einem brennenden Zweihänder. Den kann man mit ein bisschen Geduld besiegen und der ist extrem gut zu anfangen. Ich habe noch eines von diesen, seit ich ein Kind war. Warum machen wir das wieder? Du sagst, es zu sterben. Vielleicht wird es dir helfen. Wie das Vögelchen, oooohh. Da freut sich das Vögelchen. Oooooohh. Oh. Oh. Oh, was ist falsch, kleiner Junge? Was ist passiert? Oh ja. Komm schon, du warst nur ein Sekunden vor. Komm zurück. Komm schon, du bist richtig. Komm schon, du kommst mal. Okay. Der Börder vergewandelt. Oh ja, der Fall hat nicht mehr mehr gegeben. Oh ja, der Börder ist weg. Der Börder ist weg. Er war nicht mehr da, der Service ist noch unlockt. Ja, dein Börder war nicht mehr da, der Service ist noch unlockt. Ja, du wirst, ähm. Das ist eine Goldharmonika, ok. Goldharmonika kann bequipped in das Weaponsmenu. Das sind die Harmonika, die da der Zähne schafft auf nearby Enemies, ok. Ok. Warum sollte man das... ok. bzw. ich habe das Zeug, wenn ich noch etwas habe. Ich weiß nicht ob ich noch etwas habe. Nein, ich weiß nicht ob ich noch etwas habe, ich weiß nicht ob ich noch etwas habe. Es geht nicht einfach. oh Aber gleich auch schon da ihn kraft, oder? Was haben wir noch inventory, non-consumables? Factor range, convenience, door key, dead cat. Das ist wirklich da? Oh, das war die andere Nummer. Das ist halt nicht mehr als das... Das war's. Okay. Also da müsste ich irgendwas sein. Hm. Two quarters to play. Jetzt muss man meine Streamer einschlafen vom letzten Marsch. Ah, warte mal. Da glaube ich kann ich noch darüber hüpfen auf den Balkon, auf den anderen. Schaut zumindest mal so aus, als wenn das vielleicht gehen würde. Ja, okay. Ja, ich dachte das wäre unten die Gasse gewesen, das war... Tatsächlich. Balkon, okay. Das bringt aber auch nichts, weil... Okay. Aha. Eine Leiter ist nichts. Das ist immer gut. Geht's da unten jetzt hin? Das ist... Wir laufen jetzt da. Oh. Okay. Hm. Gute Frage. War nix. Da war ich hoch drin. Unconvenience tour. Schwierig. 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 Wenn ich mit dem Spiel weiter komme. Halt nicht überwiegend mit einem Guide schon, weil es keinen Guide gibt. Da war nichts, oder? Nein, da war nichts besonders mehr. Da ist auch nichts anderes, oder? Da war... Ich hoffe... Ich hoffe... Wenn ich mich da runterfallen lasse. Da unten ist ein Seitenglas Pizzat irgendwas. Da unten ist ein Seitenglas. 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 Das ist Ward 2. Es war nicht dein Besuch. Okay. Wie komme ich da jetzt raus? Ja. New extra unlocked. Ja, da gibt es nur noch die extra. Da gibt es nur noch viele Videos. Das ist ein Besuch, der sich Falschschirft muss. Das ist ein Besuch war, das war nicht so. Wir haben Unterlemmertesgebung. Du wirst scheißen Papa. Das war ein Wartesgebungen meiner понадigiert hat. Das ist eine zweite Beziehung. in its center used for community events and cultural activities many curious shops line the streets including a post office and sauna kind of oh fuck mr. Kipo statues I saw a few from the surface last night it's some kind of mass card for the prefecture okay with nothing in the west of the street if you can't do anything it's so much it's not no 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 Besser zu früh erschossen als zu spät. I post offering a reward for a lost dog. Door is locked as a place inside a key. Weddings and more, the door is locked. Okay, what is this? Oh, some kind of dog? Okay. Hm. Hm. Okay. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Oh, nice Video Arcade, ok. Ist das so ein Pornoladen oder ist das ein Videospieler Ding? Eine klassische Videothek. At the drama section, you randomly pick a VCD and read the back. The film is called Detective Kang, the description on the back reads as follows. Detective Kang knows the consequences of living too long near the darken streets of the megapolis known as New Rome. He lived there himself once with that wild horse begging for scraps, being brought back from the brink of poverty by an old friend Kang has rebuilt his life. I don't know. I don't know. I don't know. What about ECON? Do you know the FSC-18? Oh Yeah. Checktion. Oh yeah. I don't know. We'll have a moment to take a seat and see how to go over it. Oh, cool. Kannst du mir vor einem guten Vorhang verhängen, das Kämmerchen, eine Arketenmaschine? Das ist verstaubt. Ich dachte, die Kamera kann jetzt irgendwie hier spielen. Ah, ok. Da geht es um zu Wort 3. Hier ist er noch nichts. Old Woman... Queer. Café Soul. King Laundry. Oha! Ich schicke mich halt Menschen... Wenn man die irgendwo hinlocken kann, dass ich einen die in Ruhe lassen, dass ich vielleicht nicht killen muss oder so. Wo der Trashraum ist, frage ich mich. Oh! 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 Vicky, wir müssen uns auch verwandeln. Was für mich im Bereich der Party ist, ist er? Das ist ja, das ist ein Versteckung. Wicker reminds you of a place where your mother used to take you and Kara when you were younger. Your mother would always buy both of your black and white cookies from the nice old lady's counter. Because Kara liked chocolate and you liked vanilla, you would both break them in the house and give each other the house you didn't want. Let's go to the house. The office office. The man in the apartment. The other apartment. Strange you can hear music coming from this building. Who are dealing with? What do you want? You know you're in a quarantine area, right ma'am? Such a stupid question. Of course I know that. She looks like a woman behind me. Can't you just leave me alone? We need the gate key to the next ward. We're trying to clear out the infection on this level. You don't have to tell her all that stuff. Ma'am, you were warned to evacuate many times. I just want to be left alone. Is there anything we can do for you to make you feel better? Since you're such a nice young man, I will make a deal with you. If you bring me the ingredients to make a last meal for myself, I will tell you where the key is. We really don't have time for this. We really don't have time for this. What do you need? I will leave a list of all the items on my door. Tell me when you have everything collected. I'm going to say some prayers and gather my thoughts. I'm going to leave a little bit of a flash. I am going to go to the next ward. Okay. Meat fish from Padreshop. Special bread, tomato sauce, noodles, egg rolls, cake, bottle of wine, VHS tape. Okay. Do you need the video cassette? Is this the one? Or how do I have to think of this? Oh! Oh! Ops! Jetzt haben wir eine Kiste. Dann haben wir was drin. Two Echoes. Ehm... Barret cake. Wagen hat mit... ...einen Kuchen. Wieso mein Differenzial ist der Tooth from? Wir haben niemal irgendeinen, wenn wir einen Kuchen brauchen. Und sieht auf der Kante, du kannst die Carrot-Gegült ohne die Oconomistin. Oh ja, Cheesecake. Und... Cheesecake ist immer gut. Cheesecake ist immer super. Ich weiß nicht, dass nur Chicken Heads Personen und Gäste gehalten werden. Wenn du nicht einer von den Gästen bist, dann leidst du sofort mit Chicken Heads. A local Thug who saw Chicken as a street vendor. Before having his license revoked, he tried to serve disease-tainted meat. He almost killed several people. Ah ja. It seems that he stayed behind during the quarantine and has claimed this building as his own. It was named Quarterhead Manor before the quarantine. He was always a bad egg. But this is just pathetic. Maybe he's the boss. I suppose it's possible. Okay. Good. So was I'm gonna die Mario Spitria. Yeah. The tomatoes are also in the ingredients. The hammer is still there. I'm gonna die in the kitchen. The hammer is still there. Mr. Chicken. What are you looking at for now? What am I looking at? Ramen noodles. Ramen is also good. Rahmen würde ich jetzt auch essen. Grüß Gott! Sie haben den Arbeitsag gut überstanden. Aber es wird eh tief. Ich habe hier Besonderheiten gehabt. Ich habe hier ein paar HST raus. Das war's. Ah ok Was für eine Rika Beschwerde Was wollte da Kollege vom Westbahnhof Und Videotapes also allgemein Goldmeers Das ist nicht die Trashroom oder? Das ist nicht die Trashroom 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 Zu woher wohnen geht das? Da war glaube ich ja irgendwo Das ist nicht die Trashroom Das ist nicht die Trashroom Das ist natürlich schlecht So Eine Flasche Wein Braucht man noch Da ist nicht die Trashroom Das ist nicht die Trashroom Die Trashroom Ich bin der Hat Ah, das kann man sich nur noch vager erinnern, ja, also der Fall. Ah, super, weil, haben sind ja wir schuld, ach so, gleich von oben. von oben, 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 oben. Any of this meat should do, since that old woman is already infected. Yeah, that's true. Here. Thanks. Ich brauche den Meatpack. So, dann fehlt jetzt glaube ich euch nur mehr Eggrolls und Special Breads, denke ich. Okay. Immer noch. Na dann. Alkohol. Eggrolls. Ah ja. Das ist der Punkt. Eggrolls. Ich weiß nicht, wo Eggrolls gewesen hatte. Wie war denn das? Wie war denn das mit Eggrolls? Da kommt. Jetzt habe ich eigentlich alles. Achso. Ich speichere aber mal die... Ich speichere das mal vorher. Jetzt muss ich da ziemlich viel nochmal machen. Das würde ich natürlich gerne vermeiden. Wie ging es dem Herrn Estern gegangen mit seiner Hand? Gut. Ich finde der Fall ist sicher, warum der jetzt nicht gepflegt ist. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe alles. Ja. 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 Ich werde das auf der Grunde, hinter meiner Tür. Das ist die Tür auf der Tür. Da. Jetzt schau auf der Ende des Dielen. Wo ist die K-Karte für die nächste Anlage? Ok. Wenn du die K-Karte möchtest, geh auf den 50. Stoß des Chickenhead-Mansions. Zum fünftigsten Stock, na dann. Ah. Okay. Jetzt lassen wir uns um. Sehr gut. Er hat seine Mutter auf dem 50. Intend für ihre Heilige Hölle. Ich habe sie gekauft. Aber ich habe sie nicht gehört. Die Mutter von Chickenhead hat die Karte? Ja. Ich habe sie benutzt, um zu über die Third Warden zu sehen. Sie müssen sie von ihr nehmen. Danke für eure Hilfe. Be careful da draußen. Und danke für eine alte Frau mit ihren letzten Wünschen zu helfen. Ich wusste was passiert. Weil so ein Arzt sollte trotzdem gehen mit der Hand. Böse Katze. Böse Zombie Katze. Böse. 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 Die Schlüsselkarte! Es gibt nichts anderes, was wir tun können. Was ist jetzt da aus? Gut, wummeln. Da hört man nichts mehr. Es ist gar keine Hand heute. Gar kein Gehunte. Ja genau, das sieht ich, oder? Wo? Wie kann dieses Hühnchen noch leben? Mhm. Fuck. Oh. Oh. Ah. Information Kiosk, there is every community posted to the camera with a small red button under it. This is the Bedrock's third and final ward, limestone factories and textile mills in the streets in this industrial area, but you can find a bar or two if you look hard enough. This ward is home to some of the less affluent citizens of the scaffold, who live in large illegal concrete buildings, enter these areas at your own risk. Another one. Someone has barricaded this path. Diamond blade limited, the door is blocked. What is that? Summit Instructions. Another one. Whoa! Oh, a worm. More puppies. A lot of heavy industries. Limestone incorporated. Wanna see if I can happen? A large pool table looks like custom made. Oh, shit. Stefano, that he had left his forklift in front of the bar again. Could someone give over to his apartment and get him to move in? His apartment number is 2F in Beaum, apartment building. He has left a spare key after the last... Not too large. Totally! Let's go to the... Okay. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Da sind wieder nichts drin, ist glaube ich, dass man dann auch irgendwie ein extra wieder freischalten kann. Weil die scheinen ja keinen anderen Zweck zu erfüllen, weil da ist ja nie irgendwas drin. Ich glaube, wie kann man dann wieder in eine Retour kommen, oder ob es dann wirklich... Keine Ahnung, irgendwie so Upgrade oder sowas gibt. Na ja, am Abend geht's einigermaßen. Mit der Taxi war es sehr unangenehm, ja. Ich denke, wir nehmen die Welt. Wir haben noch mehr Messiers. Was ist das? Und er hat eine große Höhle in den Geburt, in der ich bin. Ein Verrückter. Wir müssen uns jemanden ausfüllen, denn als ich nachher nachher kam, ein Paar Twins kam, auf dem Wasser. Seine Körper wurden aus Konkluz, und sie versuchen mit mir zu sprechen. Twins? Aus Konkluz? Du wirst nicht... Mitglied der Assemblerung? Meine Frau hat eine von ihnen geklärt, aber ich bin nicht sicher, was nachher passiert. Deine Frau hat eine von ihnen geklärt? Holy shit! Ist das ein großes Problem oder was? Lass uns nur sagen, es wird etwas ungewöhnliche Interessen. Ach so. Du bist glücklich, dass du auf der Prefecture drifst. Denn wenn die Worte über das rauskommt, wirst du ein großes Target auf deinem Kopf haben. Ich hätte auch gesagt, dass du es noch heimlich hast, du den Kopf mit Lagerdrymst, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Decomposing die Körper? Warum riecht es nicht? Weil es infektiert ist und schützt seine Farbe. Keine Angst, es hat noch nicht weit genug geblieben. Also ist es der Forklift-Driver? Er hat von Konkluz-Infektion? Nein, er hat von Alkohol-Poizont. Er muss er die Nacht, als er den Forklift in der Bar hat. War es ein Suizid? Oder ein Fehler? Ich frage mich, das ist etwas, was niemand weiß. Hope checks his pockets and pulls out a pair of keys. Hope checks his pockets and pulls out a pair of keys. And now what? We just leave him here? Nothing else we can do. Wreck water. I broke my little black drops of Konkluza forming his cracks. Weird. Goodnight. shelves are headed Ich überlege, ob der Spieler sich übernimmt, braucht ein Quota. Warte mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay So There was a ratmustage Oh, yes Fire The focus is aimed at the butters to live The fuel gauge says the tank is almost a bit better hurry up Where did you learn to drive one of these I used to sneak up to this level When I was in my team Oh I had one of those too It was easy to escape from our palace When the consorts weren't looking Then I would ride the fold elevator to this level And explore I spent a lot of time wandering around Trying to pretend I wasn't in the royal family Did you ever get cut? Yeah, someone recognized me And told my father That was the end of that There's the barricade So how is this going to work? I'm going to the floor 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 Yeah Oh, Bella comes here It's the floor I'm going to the floor I'm going to the floor I'm going to the floor My head is actually I have to go I have to go My head is just I have to stay I have to stay Ja. Ja. Ich bin ja auch so blöd etwas zu sehen und ich glaube dass er nichts ist in diesen Kisten. Das ist aber wirklich ein Schicknenhäckchen, oder? Das sollte man sein. Er ist nur ein Schicknenhäck. Ich bin ja, schicknen! Du musst du mitnehmen. Wir brauchen mehr Strait Trash auf diesem Level. Du wißt du, deine Mutter stirbt, richtig? Wenn du dir das egal. Oh, booh, ich bin so schuld. Ich versuche mich zu fühlen, das ist fast unmöglich. Wenn ich mit meinen Beinen durch meine Beinen bin, bin ich invincible. Du bist Pipsqueak, ich kann mir nicht so schlafen. Ich runne diese Level jetzt. Und nachdem ich dich töre, ich nehme die Surface, auch. Was ist das? Ich weiß nicht. Das ist das, was du bekommst. Das ist das, was du bekommst. Les? Was? WTF? Alter, warst zum Fick. Ja. Woha. Fick. Okay. okay gut das war jetzt nicht so schwer grundsätzlich einen groben überblick habe ich schon noch über das spiel ja sorry kid sometimes the early bird gets the word oh you use three lamenti i had no choice you saved my life are you okay 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 ganz grob unabhängig von dieser story dass der da seine tote Frau sucht in dieser komischen Stadt wenn ich das verstanden habe gibt es da quasi im Universum eine Flüssigkeit die sich Conclus nennt die verdirbt und korrumpiert offenbar alles mit dem sie in Berührung kommt also jede Form von Leben die kann sich aber auch tarnen weil je weiter die quasi fortgeschritten ist desto besser kann sie sich verstecken also es können quasi wie normale Menschen ausschauen obwohl sie vollkommen verdorben sind dieses Conclus und das breitet sich offensichtlich so wie auch immer sehen wir jetzt von unserer Welt quasi durch eine von diesen Spiegelwelten in dieser Drifting Prefecture gelandet die offensichtlich so wenn ich das verstehe durch die Universen oder durch die Welten zieht auf der Flucht vor diesem Conclus allerdings hatte ich das Problem dass ich glaube ich aus was sieben verschiedenen Ebenen bestellt besteht und die sechs untersten Ebenen aber schon alle von Conclus mittlerweile quasi verdorben sind also von Conclus überlaufen worden sind und wir jetzt quasi nur bei diesem diesem Scaffold das in der obersten Ebene und es aufhalten können und die Bewohner von dieser Drifting Prefecture sind halt eher irgendwelche ja also keine Menschen halt außer dass sie eine Humanoide Form haben ja I apologize for the state of your room I didn't realize what a mess it was I had your room cleaned and I'm looking into getting you your own room with a bed hopeless orders You can head up now if you'd like ok cool Das ist jetzt mal ganz grob zusammengefasst wie gesagt wie ihr in diese ganze Story reinpasst mit dem dass der da seine tote Frau sucht und die tot also die verschwundene Frau sucht und die tote Schwester zu die der Dice dass mir ich habe ich habe ok ich bin ich bin ich bin ich bin Die 2, you killed Chickenhead, he had a rough life, I'm glad he's at peace now. I already kicked their monsters butt, I hope my mom will be just like you one day. We have the finest tea in the prefecto, would you like to stay for some? This is damage dark. I don't have to go. I don't have to go. I have to say that this game is actually made by 2 people, I think. So they are 2 main developers. Yeah. Okay. Aha, I am idiot, who's just. I need a keys from the first lever, he's a creative 300. You survived! Okay. I think it's a bit more. Can I get the keys? Oh, it's you again. Your time in the scaffold was a success, just like I knew it would be. Let me read your aura. It's sending strange signals. Hm. Wow. Was ist das? Ich sehe einen Mann. Einen sehr Angst. Er ist mit Angst. Und alles, was er sieht, wenn er seine Augen öffnet ist, ist dein Gesicht. Du bist für eine Konfrontation mit dieser Person. Schau dich. Gesang. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Bad Rock It's rather cheap Please stop by anytime I don't tell the barrenners Let me get you Capsule token While I'm using capsule machines Collect them all Doclets I don't know what I can do I can't go back I can't go back I can't go back I can't go back Hello A little It is a calm night The Yggdrasil tree is glowing It seems your mission As the blessing of our ancestors Watches Watches Will you have one of my timepieces under the scaffold? If business is done it would be great advertising I had to clear out the first level already Incredible Did you see my old restaurant's location while you're exploring? If you keep up the space we'll be moving back in soon Look I could use a massage I have all necessary for training No thanks Very well Since you were able to clear the first level of the scaffold We were able to recover some seeds that were not infected Thanks to your hard work we'll be able to grow a lot more food now Oops Ah, it's a prefectious local celebrity If you want to read up about the scaffold we have a few titles in use books that might interest you Oops Mom Do you think they might be sleeping? I've decided to sleep Was ist das 2? Ah, bist du wirklich cool, ist das? No, welcome back. What does the first world look like? No, you explained completely the first world. What happened to everyone's favorite cat? Find an harmonica in the first world. What's the buzz of the chicken head? Okay. What the hell? Uh, we're going to our apartment. The apartment looks much nicer now than the landlords have spent a long time cleaning. Or is gone? It was bad. Another night in the cage, but it does feel like you're making progress. You wonder where Carolyn is and if she's thinking about you too. As you get in the bed and pull the fence closed, you immediately drift to sleep. You and Carolyn are watching TV when a strange man starts to appear at the front door. But Carolyn takes you into the bedroom and leaving you alone on the couch. Aha. What the fuck. Man keep appearing in the front and disappearing in the bedroom. Okay. Tower. Oh yeah. There's this weird thing that someone is in the universe. Oh yeah. There's this weird thing that someone is in the universe. Other day of training in the fold. You better get going. Okay. Weird. Good luck moron. Was? Everyone but they did last to celebrate their success in the scaffold. A little too much to drink, eh? Ich kriege jetzt kurz. She's waiting for you. Coffeine drink. Torus Amor. Enchanted Dimension Structions. Ich kriege das. 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 Okay. Ich kriege das. Ich kriege das. Und was das? Okay. Das ist wahr. Das ist die Verlust. Das ist die Verlust. Das ist die Verlust. Die Befehlung ist nicht so gut. Bereit für ein weiteres Training? Heute sollte es interessant sein. Wir müssen einige spezielle Precantien für den nächsten Level der Schaffolden nehmen. Der zweite Level ist sehr verratiert. Es befindet sich die Dyson-Nuclear-Facilität. Nach der Infection wurde übergebracht, war ein komplett Meldung und 5 mit 6 Coas. Du musst eine spezielle Pille nehmen und eine spezielle Armour-Upgrade um den Boden zu setzen. Das klingt... Intensiert. Außer der Radiation, es sollte ein relativ kaltes Reaktor sein sein, bis wir den Bösen der Reaktoren erreichen. Wer ist der Bösen? Meine Freundin, Varen. Geht in die Weapon-Shop und sprechen mit Amala. Sie hat die notwendigen Sachen, die Sie für Sie warten. Die Mädchen zu gucken. Sie versuchen sie einfach zu. Sie haben die Toilose beschäftigt. Sie haben die Toil so gut, erst die Situation in die Zeit noch zu spielen. Sie haben eine ganze Zeit mit dem Kato. Sie haben eine ganze Zeit, Sie haben eine Behandlung's gewonnen. Sie können sie lernen. Sie können Sie können es Nick-Nählen. Sie können das wieder nach Hause kommen? Eine Radiation-Suit-Upgrade für deine Lamentation-Armour? Die Sachen ist nicht günstig, also beinahe es dir, bitte. Die Armour sollte dich sicher von der Radiation halten. Beine sicher, dass du dich vorsichtig bist, wenn du nach Dyson kommst. Wir haben es hier gefühlt, als die Kurs begonnen hat. Ich denke, es ist extrem tóxisch. Wenn du es zurücklässt, komm mal zu sehen. Wir können ein bisschen Tei zusammen haben. Ich erzähle dir mehr über die Driftungsprefecture. Ich glaube, du steht ein bisschen auf mich. JD. Wir beworben, wie möglich für die nächste Kursie. Du bist bereit? Ich bin bereit. Gut. Dann geht's. Geht's? Junge Hooper now is standing on the full elevator tower, the second floor of the scaffold. I'm glad someone finds my misery amusing Oh, don't be so dramatic If you want to see real misery Just wait until you see the reactor No one has been down here Since the core has melted down I'm not sure what it will look like That's reassuring Tri-Sin-Dai-Sin-Clear Cost, time, and danger After a decade And with the hard work and sacrifices Of most of the prefecture The nuclear reactor was finally complete My father had done the impossible And the prefecture had an unlimited source of energy The reactor worked for over 35 years Without a hitch But as Conclus consumed my father He retired to the sixth floor of the scaffold In madness And the reactor was left to my cousin Baron Cousin Baron was a spoiled brat Who was raised on the fourth level of the scaffold With the other nobility He had been visiting the surface When Conclus devoured the fourth level So, as a member of the royal family He seemed suitable to take over the job Unfortunately, he too fell to the infection Along with everyone else on this level And when that happened A meltdown occurred Everything we worked towards was destroyed Radiation has soaked through the rest of the scaffold So from here on We'll always need radiation armor And medication There used to be residential homes Where nuclear workers lived After the nuclear meltdown There was a flash flood And everyone was swept away In heavily irradiated water If we didn't have special armor And medication We would only be able to last 10 minutes On this level For our internal organs started to melt The loss of life here was truly catastrophic Over 500.000 dead Over 200.000 dead Over 200.000 dead Over 300.000 dead Earth Again There used.. By the way The way cents O goal now this thus jumping like that when Ich denke, die Waffe wäre nicht gut gewesen. Ich denke, die Waffe ist gut gewesen. Woopie! Woopie! Ich hab die Powerfixer! Nieschle Ich muss den Keykart umgehen. Weil die Fischung und die Merkippe sind ein bisschen low, aber es wird nicht spätig sein. Ja... Wo bist du denn jetzt gerade? Ich könnte mir gewonnen haben, dass ich die Keycard mit mir packte, aber jetzt kann ich sie nicht finden. Wir sind hier drin, bis wir eine Keycard finden. In dieser komischen Stadt warst du schon? Schöne mich, das ist kein Keycard. Ah ja. Ich würde sagen, dass der Zarter auf der Schwierigkeitsgrad irgendwann ordentlich an ist. Du hast eine Keycard gefunden, großartig. Bist du bereit, um zu gehen? Ich bin bereit. Sehr gut. Wo ist dein Gegenreist? Ich frage mich. Ich muss da das Gegenreist, was irgendwas ist, was mich angreift. Halt, Traum. Beep. Touch. Activate. Du bist ganz kurz. Du bist sehr glas. Du bist sehr glas. Du bist sehr glas. Du bist sehr glas. Ich weiß nicht, ob du dein Leben erzählst. Du hast nichts über sie gesagt. Wie sieht sie aus? Willst du eine Bilder sehen? Natürlich. Sie ist sehr schön. Sie sind deutlich. Sie sind sehr schön. Sie sind sehr gut. Sie sind die Beste. Sie sind täglich der Beste. Sie sind sehr gut. Sie sind die Beste. Super, da schaut die Map-Gaubel größer aus. Das ist der Umfang von dem Spreaser-Fan. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, dass die Civilian-Media-Office-Tolls unlockt. Das ist der Umfang von Spreaser-Fan. 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 Das ist das- Ich bin wirklich geeking atter. Full to security office, portal locked. Laugh Hotel, ahja. So, oben. Okay. Bad Bischien. Und wo es jetzt gebracht hat. Ich habe es automatisch nicht anbieten, da ist auch nichts. Okay. Jetzt muss ich die Tram wegschicken. Damit das ihm was bringt. Okay. Ich kann nicht die Sin stampen. Okay. Gut. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Das dafür natürlich die ganzen Mikro Transaktionen und sowas schon teuer sind. Also das. Äh. Das muss man schon, muss man schon auch ehrlich sagen. Aber. Sie sind natürlich dafür auch alle halt wirklich... ...optional. Die Rüstungen im Spiel schauen halt diese furchtbar aus, ja. Du müssen bis zum Böse umhalten. Komm da hinten bitte. Okay. Ja. Hast du eine Schlüssel für dieses Terminal? Ich bin mir sicher nicht. Aber es sollte eine nebenbei sein. Wir müssen nur nachher schauen. Great. Geht uns was für den Aufzug. Wieder. Ja. Ja, richtig. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Laufel, 30 Minuten, die durchs Lucht Checken wir, wieso wir kaxeln, da fängt Okay, das ist nicht so. Okay. Oh, für ein Pick of Gum. Kaugummi, vielleicht kann ich mit dem Kaugummi das Ding da drüber ziehen, dass ich eben bleibe. Holt dich das Sprinket, naja. Holt dich das Sprinket, das wir vorher gefunden haben. Holt dich das Sprinket nicht so. Nuklear Reaktor Keycard. Ah, ja. Ah, Keycard detected. Doors unlocked. Willkommen zum Daisen-Nuklear-Komplex. Ah, da oben steht einer schon drunter. Der schaut nicht mehr ganz frisch aus, hätte ich gesagt. Der schaut nicht mehr ganz frisch aus. Der schaut nicht mehr ganz frisch aus. Ah. 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 Ich will nur zum Speyerpunkt So Ah, Schmugglerware Non-Consumer Rats Autos Welding and Repairs Rhythm of Entity Gek 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 Wuz Zit Electronics Torus Amor Guck der Residio jetzt auch woanders Reactive Weapons Calvarian Estate Reality So Phoenix Fire and Potions Ich weiß nicht wo was wir aufmachen Geheizung 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 Motorcycle Ich kann nicht glauben, dass es hier ist Es ist Amalas Wachsaki 350 Amala Es wurde verraten, als wir diese Ebene Amala hat sich nicht mehr gesehen Amala hat sich nicht mehr gesehen Und wieder Ich wundere, wie es hier Es läuft noch nicht? Das bedeutet, dass jemand bei uns Nein, nicht wirklich Es läuft auf Nukleer Es könnte so sein, wie es 100 Jahre bevor die Elemente in der vollständig sind Es ist kein Problem Ich kann nicht in das System Es sieht, dass jemand es hat eine ziemlich intensiv Feuerwehr Ich werde ein Hacking-Divis das kann nicht auf die auf der die 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 Marionette Rester Oh 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 Ich weiß nicht wie ich am Glauben, dass er hinter mich nicht so lebt. Wenn der Kopf vorbei war, dann auch mal das was er. Okay, so über einen Koffer ist es. Okay. Ich kann ein Theater besuchen. Ich lass mich nicht mehr so, wie das? Knochen, das ist so, wie ist die Nachwuchs? Ich bin auf dem 5.5. Huuuul. liberius break the cooling off this I'm just about to hear a voice come from the intercom we need to get into the reactor core who is this no one should be alive here the radiation alone should kill a normal person in only a few hours is that hope itawa the head of provisional affairs yes do I know you no but please come in I think I might be able to help you ok let's see if we are in the other direction what was there ok 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 die ok die ok sorry all is good 2 op vp vp Reactor Cooling Administration Office is pretty cool. Das ist eigentlich eine komische Form von KI. A.I.O.S. ist eigentlich eine KI die wir in uns gesprochen haben, oder? Wie kann ich dir helfen? Wir brauchen eine KI für die Reaktor zu entdecken. Reaktor 4, glaube ich? Der einzige Reaktor, der nicht entdeckte Verren. Verren ist die letzte Werte. Ja, wir brauchen einen Verren, damit wir den Lauf der Infection zu retten. Es wird nicht so einfach sein. Verren hat seinen Weg in den Reaktor gearbeitet. Einige der exotischen Partikeln hat ihn aus völlig zu verletzen. Wir wissen aus Erfahrung. Wir? Ja, die anderen A.I.s. und ich haben seit Monaten gearbeitet. Wir versuchen zu verletzen, Verren zu verletzen. Aber es ist kein Problem. Der einzige Weg zu verletzen, Verren wird die Reaktor-Self-Destruct-Protocol. Da muss man eine andere Weg sein. Wir können nicht nur den Reaktor verletzen. Es dauerte Jahre zu bauen. Und es ist die einzige Weg zu verletzen, die Schrappel zu verletzen. Wir haben alle mögliche Plan mögliche. Aber die einzige Weg zu verletzen, die Schrappel zu verletzen, ist durch Selbst-Destrücken. Die Schrappel zu verletzen. Die Schrappel zu verletzen. Die Schrappel zu verletzen. Die Schrappel zu verletzen. Anfe缘りiner ella baut. Die Schrappel zu verletzen. Das in einem Würfel-Eintriff-Bern klingt wie eine absolut bombige Idee. Da kann man sich ja dann mal runterhüpfen oder irgendwas. Das ist aber sehr sehr verfächtig aus. Ich meine, gibt es da jetzt nicht. Da komme ich von da jetzt weiter. Absolut. Ich glaube, ich bin vielleicht maximal bei der Hälfte. Oder ist der Aero jetzt behoben? Mal schauen. Ich denke mal, ja. Ich glaube noch, dass ein bisschen was kommt. Ich denke mal. Okay. Ich denke mal. Ich habe alle AIs. Tramway. Ich habe noch nie mit dem Eingloss. Ich habe noch nie mit dem Eingloss. Da kommt mich rein. Auf uns, ich dich nicht. Wir sind nicht froh, weil die sind so bei der Decke wieder broken. Aha. Es geht doch gar nicht, dass ich jetzt tun soll. Und da ist nichts mehr. Ich weiß nicht, dass es weiter geht. Und da ist nichts mehr. Okay. 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 Ich weiß nicht, wo ich hin soll. 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 Okay. 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 Was ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay. Was ich weiß nicht, wo das ein Ding ist? A large computer sits behind the speaker platform. It comes to life as you approach. Ich weiß nicht, meine Kinder. Ich habe gehört von AOS, aber ich habe etwas, ich muss mit dir sprechen. Es ist eine Sache von großartig. Du bist die Kirche der Kirche des Lichts, AI? Ich bin beide. Und ich werde mich selbst auf dem Horatio Cube. Aber ich brauche dich etwas für mich. Ich bin ein Ding. Genau. Hier geht's. Ein anderes Fever. Ich weiß, dass du dich vorst, was du wirst, aber es gibt jemanden, wo ich dir helfen. Es gibt jemanden, dass du hier seit einer Erdung wurde. Er hat übernommen in der Erdung zu verletzten. Er hat übernommen in der Erdung und Wasser erradiert. Nach dem Erdung wurde er vergessen. Er ist weg dabei. Sie sprechen über den alten Fischer draußen? Ja, er war eines meiner Gemeinschaft. Er hat seine Familie verloren und alles während der Meldung. Ich versuche, ein paar Fotos und Informationen für ihn über Relativ zu leben. Seine Großvatern läuft ein T-Shop auf dem Teufel mit ihrem Junge. Der Junge, diese Nachfrage wird nichts verändern, weil er bereits sterben wird. Aber er wird möglich sein Mensch zu sterben, zu wissen, dass ein Teil seiner Familie weiterentwickelt wird. Bitte, bringe den alten Mann diese Fotos und Dokumenten. Als du zurückkommst, werde ich mich in dein Horatio-Kub. Okay, wir werden bald wieder zurück. Danke, und Gott schütze dich. Okay, ich muss eigentlich immer... Ich muss offenbar alle Häuser abgehen. Das ist wahrscheinlich auch beruhigend. Quasi jedes Hinterkommen ist dann quasi ein einziges... Eine KI... Eine KI... Das muss man mal wissen. Das ist ja nichts mehr. Das passt, das ist auch nichts. Das ist noch... Das ist noch ein Fluss. Das muss ich da alle haben. Die Seitenkasse hochladen. Das müssen wir auch... Das müssen wir auch... Das müssen wir auch... Das müssen wir auch wissen, dass das die KI sein sollen. Ich bin echt ein bisschen... Nein... Das müssen wir auch ein paar Häuser nehmen. Das müssen wir auch ein paar Häuser nehmen. Das müssen wir uns auszunehmen. Lasse emerged ein paar Häuser nehmen. Was ist das? Es ist ein Sicherheitsandroid. Sie sind außerhalb aller Regierungsaufgaben auf diesem Level. Sie sind mit Maschine-Gunnen und Teergas-Kanistern. Das ist beruhigend. Das klingt ein bisschen gefährlich. Wo ist der gute Fischersmann? Was ist der gute Fischersmann? Die Fischers-Kanistern sind weg. Sie sind mit einem Blood-Covered Lockett. Wie lange noch da? Schauen wir mal, wie das geht. Und wie kommt es zu einem echten Kampfsystem? Aber zur Kirche. Wie reagierte der alte Fischer? Er muss sich überraschend sein. Leider war er, bevor wir ihm die guten Nachrichten geben konnten. Oh nein, was ein schade Weg für seine Leben zu Ende. Aber danke für diese... Wir haben dieses Lockett von der alten Fischer zurückgebracht. Wirst du immer noch beim Charakter erstellen? Wirst du mir das Lockett geben? Die Frau, die die T-Shop auf der Überschrift läuft? Natürlich. Dankeschön. Jetzt werde ich meine Hand auf die Behandlung halten. Okay, das sollte es sein. Okay. Soll ich jetzt ein RKI haben. Okay. 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 Hammer gibt es nichts mehr. Auch nichts mehr. Da war nix. Die Hammer. Da war nix. Ah. Ah. Da ist noch eine. Ah. 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 Ah ma. Ah ma. Die haben wir. Da ist nix. Oh nein. Die haben wir. Die haben wir. Die haben wir. Die haben wir. Da hinten war hier auch, die haben wir auch, da ist sonst nix mehr. Eigentlich wusste ich nicht alle hart, aber da habe ich auch noch einen Raub. Da ist nix. Ob du jemals aus der Charakterstellung rauskommen wirst Filiani, man weiß es nicht. Du bist für alle Zeiten da drin gefangen. Fast fertig. Nur wird die Charakterstellung noch ohne Klasse, oder? Ah, was ist das geworden? Was ist das geworden? Ich hoffe, es ist der Horatio Cube mit Starz und Glow und mit Noises. Das sollte den Prozess enden. Ich bin jetzt in der Horatio Cube mit den anderen AIs. Okay. After this mission is complete, we would like to be brought back to the surface. We can help with reconstruction efforts. I will consider it. Lightning Dragon Sorcerer. Aha. Cool. Was ist das geworden? Was ist das geworden? Was ist das geworden? Was ist das geworden? Ich bin hier mal von Österreich auch zu pinkeln Sorchen. Geh mal kurz Sorchen. Natürlich. Was auch sonst. Ich habe natürlich einen Groh genommen. Heißt er, heißt er Trevelyan? Ah! Wo ist das Posen? Ich muss nur schauen, ich zieh das. Schwankt da überall, Konklus. Ah ja. Ja, das wird immer, ich glaub das hat für mich schon eine Barmler gehört, das wird immer nie merken. Ich habe dich selber für eine Tee gebracht. Ich hab das besser. Ich hab das besser. Wieso wurde ich? Lockdown ist im Wetter. Ok, ein paar Schaden rein. Wir haben ein Haus getestet. Wo liegt da T4U als 3D? Ich habe mir nicht gesehen, weil es hier low power ist. Schaden. Schaden. Das Lunge verlangen. Wie hießen Charaktere bei dir bevor sie veritarisch hießen? Schaden. Der Weg zum Reaktor 4 hat in den Reaktor. Wir müssen einen Weg finden. Ich bin ein Toari und dann wird es schon wieder ein Dragonditch. Äh, wird es schon wieder zu Dragonditch dazu passen. Dysin. C.O. Warren has ordered all personnel to remain silent about the impending core meltdowns. If investors discover what is happening, they will devest from our stock before we have time to cash out. Warren has ordered all executives to remain in their offices to continue working until the meltdown occurs. Only then will evacuations begin. Office of the CEO. Boop boop. So. So. 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 Es gibt einen Koffer in der Koffer. Das ist ein Koffer der Koffer. Hier ist ein Koffer für den Ereignis. Das ist ein Koffer. Ah ja Jawohl Vika, die Filiane, die Hexe Oder? The bastard Warren, he let this happen, he knew the cores were being worked too hard and not cooled efficiently He let the cores melt down, I'm not sitting around waiting to obliterate it by the radiation I'm out of here, everyone should make a run for it Ah ja I have to do that Buffy thing, maybe stream the line I'm just looking at English, but I think that's possible The 7th is executed with penthouse, there is a terminal there where I have access to the reactor security system I'll do that 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 Then I'll do something retro Either Resident Evil Code of Ironica Or maybe that's what I'll do I'll do that And then I'll do that And then I'll do that I'll do that And my contact I can-I can't chat many times with the library Probably I'll do that But then I'll do that He's the same Then I'll do that In the room I can't do that And then I'll do that Question Okay I'll do that To check something Ok Yeah Ok. Okay. Ich hab's nie gehört. Okay. Vielleicht weiß ich aber was sie, was der Name ist ja gut, das geht gar nichts. Ich hab das nicht gehört. Ich hab das nicht gehört, ich hab das nicht gehört. Ich muss mir das nicht hören. War invited all of the high level executives to a respiratory meeting and then turned off the power to the elevators and announced the cause would soon meltdown. I was fortunate enough to have taken radiation pills for a reactor tour earlier in the week. Everyone else is dead, first their eyes started bleeding and then their nose, then they started vomiting blood, then they started seizing. Many of them decided to jump off the building before they died from the radiation. Oh yeah...Kawashi... Okay... Now it's locked down... There is someone seated at the CEO's desk. Underling. I'm the interim CEO of Dyson Energy. The most profitable company in the scaffold. Kalashi... Is that...you? How are you still alive? Dyson is under my control now. Sir Varin put me in charge. Uh huh. What? Why? I suppose I'll tell you, since you're a part of the royal family. He is creating something and has no time to run the company. What is he creating? I signed a non-disclosure agreement. You'll have to talk to him yourself. I will tell you this, though. Sir Varin is incredibly ambitious. And when you see what he has created, you'll say... Wow! You two are bothersome little gnats, aren't you? You two are... Unlike most executives, I don't mind getting my hands dirty. I'll exterminate you both myself. Haha! 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 Ah! Jesus! Ah! 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 You stupid cat! Pathetic little vermin! Infantrating the holes and corridors that you're better! Fallying and migrating our insular world with your abhorrent existence! Ah, yes! Ah! Ah! Oh, no! What the fuck, dude! Ah! 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 Oh Oh How could I lose to you? It's so cranked the game, fuck You know what that means, sir? I don't understand You know what that means You know what that means You know what that means I'm gonna keep in It's done, let's go Da gebe ich dir auch einen Tipp, du nicht zu viel Zeit in dir zu verschwenden. Ja, wenn ich reinkomme, ist es da, muss ich lesen. Due to inclemented circumstance, the CEO Warren has ordered all personnel to remain in their offices during and after a meltdown. Any personnel seen fleeing in the Recto will be branded for security. We'll protest for the inconvenience and we'll update all employees with more information shortly. Let me take a look. There should be a live map of each sector somewhere on this terminal. You watch as Hope navigates through the different submanage and operating system. Here we are. There have been major collapses in each accessway tunnel. Lucky for us, there is a path through waste disposal. That should do it. Let's head back down to waste disposal. It's near where we entered. Beep beep. Beep beep. 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 Wie sieht das aus? Nein, so ein Traumbesucher ist das. Ich habe einen Weg dazu zu sagen, ohne zu spoilern. Ja, das ist natürlich danach. Das muss ich wieder sagen, das war für die A-Block wie cool. Dass du halt nur Sachen gefunden hast, die du auch verwenden kannst. Ich habe einen Weg dazu gehört. Waste das Post. Die Chat ist offen. Jetzt du durch den Chat. Use her ATQ. Oh I don't know if there is anyone kicking out doing this Find a metal switch kicking out from the wall, you slip the switch Oh yeah I've been watching so many of the cool things that I have coming out of here I don't know if you guys are in your house Ok, gut, Power. Ich weiß nicht, was wir da nicht mehr aufgeben, wenn wir da mal nicht unterhübt. Ich muss mich nicht mehr hier nicht. Ah, gut, Power, ok. Wir sitzen da hinten in den großen Raum da. Ach, Low Power, ok. Ich bin noch ganz kurz AFK, ich bin gleich halt da. Bis gleich. Ich bin noch ein Picture. Das war ein Bild. Ich bin noch ein Bild. Ich bin noch ein Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mhm. So, he says... Huh. Why is he running along the outside? He didn't want to go outside. He looked like he went on the wall. Let's see what he looks like. I had to expect that I had to go inside the reactor. Oh, 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 oh. Ich weiß, was die noch was. Oh, ja. 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 Ihr ganz wahnsinn, dass du. Nicht wieder ganz, war Andreas. Ah, das ist die Ruhe, okay. Ja. Hm. Hm? Ah, ja. Sick of you. Oh, my God. Was ist das? Oh, 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 oh. Was ist das? So. Oh, ist ein Aufzug. Fuck. Alles klar. Dann können wir uns aber mal kurz daraufhaken, was da war. Dann können wir uns auch mal kurz daraufhaken. Dann können wir uns nicht mehr schießen. Okay. Dann können wir uns nicht mehr schießen. Dann können wir uns nicht mehr schießen. Ah ja, da wächst irgendwas drin, oder? Jesus Christ! Baron, was ist mit deinem Gesicht? Du siehst nicht gut. Oh, ich freue mich, dass ich snidige Kommentare von einem sehr liebenden Mitglied des Etawanischen Land. Wahrscheinlich bist du da, um mich zu töten. Aber heute nicht passiert. Du kannst mich nicht mit deinen Lamenten-Würfen. Ich hoffe, dass du da bist. Das heißt, Lamentium. Lamentium? Was ist das? Ich habe es aus den exotische Partikeln im Reaktor. Es wird mich von Lamenten-Würfen. Oh mein Gott, Baron! Ihr Körper! Ja. Mein Körper ist stärker, als es früher war. Was? Ah ja, ich hoffe, dass ich hier bin. Ich habe Lamenten-Würfen direkt in meine Spine. Es gibt mir unglaubliche Kraft. Ich bin. Baron, das muss jetzt enden. Du hast immer schon benutzt. Jetzt werde ich mit deinem Teufel-Würfen. Ich bin. Okay... Okay... Oof! Hahaha! Okay. 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 Okay, du brauchst auch in diesem Mod fixer eventuell. Okay. 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 Cool. Okay. Okay. I haven't even begun yet. Look. We have Varen's key. Now what? Now, we initiate the self-destruct and get the hell out of here. How do we do that? Well, when I'm going to live, I'm going to get myself out of here. I'm going to get myself out of here. This is why we can't run here. Okay. Oh my God. I can't drop this, but... I can't drop this in the air. I can't do anything. I can't drop this in the air. Yeah, I can't do anything. Okay. Okay. Um. Mmm. That's some. Whoopi. Who's? Uh-huh. Uh-huh. Back off. Start over. Uh-huh. Uh-huh. Oh, look. Yeah, what do I do? What should I do? Fine. What do you want to find? Oh god. Sorry. As long as I can see. And I can see it. I can see it. I can see it. It's too bad. I can see it. Uh-huh. Aha, die Aufzüge ist mir auch nicht da. Ok. Ok, das ist natürlich super. Und das noch mal laden. Ja. Ja. Es ist noch eine Tür abgange, um, oder? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja! Oh, curse you! Give up, Baron. You lost. I haven't even begun it. Look... Hahaha! Schau... Wir haben die Finger von Varen. Nun welche? Well. Ich weiß nicht, was ich hier ist, was ich hier ist? Da hätt ich wohl noch schauen können. Natürlich, dass er mich jetzt noch mehr lieben halt. So dass ich ihn nicht angreifen kann. Ich habe ihn nicht angreifen, ich habe ihn nicht angreifen, aber ich habe ihn nicht angreifen. Es geht um den CBT. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Aber auch nichts. Oh, wasser? Ah. Oh, wasser? Oh, wasser? Ah. Ah. Oh. Oh. Oh, oh. 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 How do we start the self-destruct sequence? Not sure. I can help initiate it. Give me a second. Whoa! What is this? This is a Mother of Lament. They are the real power source of the Refixir. Each reactor has one, but the others have all died. This is the last living. Who is this woman? Does my father know about this? This woman was a former Shrine Keeper. Don't worry, she agreed to this. And it was actually your father's idea to create the mothers. Why is there so much radiation here? If the real power source for these creatures? The mothers are infected with concluse and bombarded with constant radiation. When this happens, exotic particles are produced. It is these exotic particles that power the entire prefecture. Oh, yeah. What does this have to do with this self-destruct sequence, though? To start the sequence, you must kill the last remaining mother. No one should suffer like this. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No one should be killed. No one should be killed in the past. Oh, yeah. Amala is still figuring something out. In the meantime, let's get out of here. Probably the car is the right? Oh, yeah. There is still time. There is still time. What's the... Wir haben nur 5 Minuten, bis alles selbst-destrukt ist! Amala, bist du da? Was hast du da gemacht? Ich sende die Voto-Signal an deinen Ort. Oh ja! Es ist die einzige Weg, du kannst in Zeit gehen. Ich werde eigentlich zurück. Du musst den Toa-Highweg zurück nach dem Travweg-Terminal, du hast. Du musst nicht wassen. Du musst jetzt gehen. Du musst jetzt gehen. Jetzt werden sie unsere wirkliche Kraft sehen. Probierst nicht zu fallen. Das wird ein grosser Weg sein. Du hast es. Los geht's! Jetzt werden sie unsere wirkliche Kraft sehen. Hm? Ja. Guck. Aha. Was ist das? Führung, um ihn zu füllen, um die Armbeeren zu füllen. Oh ja. Warren, er wird auf uns füllen! Whoa! We have to return fire! Get ready! Here, hold my hand! When I tell you, hold the trigger! Come on, come on! We have to return fire! 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 Okay. Hold on. Start maintenance mode. Full speed to entrance now. It's going to be close. Raise for impact. He's on the boat and on the motorway. Okay. But that's a bad game. That's... I can't believe we survived that. That was insane. Are you okay? Yeah. I was hoping we wouldn't have to destroy the mountains. But it was the only way. Sorry about your cousin. We should start heading back to the surface. Okay. We're lucky to be alive after that. We completed our mission. Even if we destroyed the nuclear facility. Maybe we can rebuild it someday. Okay. Seems lost in hope. I'll see you tomorrow morning. Get some rest. Welcome back. What does the second floor look like now? Floor that directly was destroyed. Where did all the IE come from all of a sudden? The rest of the recon this is terrible. We had no choice. It was the only way to kill warren. Did Kavashi take control of the IC? Thousands and hundreds. I'm afraid I have nothing new for you. much longer. Don't try that. I need to bring your friends a couple of hours later. Do you remember her? This is how theél, uh, is whipping the הע Presents My reactor. añoswer.. I'm with the Welchen Preis? Die Explosion vom Nukleaireaktor war groß. Meine Freunde und ich machten Karaoke und es hat alle die Equipmenten ausgelöst. Ahja. Ich mag die kletzene Nachts wie diese. Sie sind peacevoll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Pressplätze noch kaufen. Eigentlich dann. Wir haben die Explosion all den Weg hier. Ich war so scared. Aber ich wusste, dass du okay wärst. Du hast die Feinste in der Prefecture. Ich würde dir lieber etwas geben. Ich würde dir lieber etwas geben. Dann kriege ich die TH, oder? Das wird doch... Und das wird doch... Zu öffnen. Wir machen das gut. Nichts, dass die Reap hier sind. Ne, die Keine hier? ... 500... ... 100 can back of the Reap's level. Gold post. Das ist die Zuchlösken auf. So, das ist super-schlöschen. Aha. Jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich das erste Mal bin. Ich bin jetzt mal. Das ist ein Stück von einem Ereignis. Ein Stück von Beef. Kann ich das mit mir machen? Die Yggdrasil ist glücklich. So ist das ein Seed. Der ist es so schnell. Die Yggdrasil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Today's mission was the hardest yet and we have no doubt things are going to get even more dangerous as you get inside the bed and pull the fence close to you immediately drift to sleep. You're sitting on your old swing set where you and Kara are used to play. It's after you die and you can hear your parents screaming at each other's inside the house. What the fuck? Usually wake your son of the wind outside, the room is warm. It seems like the lander has turned on the heat. You had a long dream about caroline but it fades away as you try to remember it. The another day of training the fold is better to go in. Oh yeah. But that's all right. But that's all right. That's all right. That's all right. Let's see. That's all right. Ich glaube ich hatte das. Also nicht nur diesen Verlager war es schwarz aber Franz Bresai, Orio, screwed. Ich bin noch ein bisschen fighting and cold so here I am. Oh, das ist doch. Und hier ist noch ein bisschen. Das ist die ganze Zeit, das macht es gut ist, die Geld. Oh, check in the second floor merge, lots of new upgrades, okay? Hm, ich kaufe das jetzt... Na, ich kaufe das jetzt nicht, weil... Jawohl, kick some butt. Check in the floor... Okay, this is not there. Okay, this is not there. Okay, this is not there. I'm so tired. I watched too many movies last night. Oh, yeah. Go away, stop harassing me. Grüezi. Grüezi. How are you this morning? I decided to open early because business has been lacking lately. Ever since that insane Madame Orr was caught bringing infected survivors to the surface, people are associating my business with hers. She got what she deserved, though. Hope threw her off the prefecture, literally. The space between worlds is like a black hole. So after being thrown off, her body was immediately torn apart. Spaghettified, as they say. Whew. Sorry for being so dreary. Let me give you... Madame Cain puts her hand to your forehead and takes a deep breath. I... Madame Cain faces her contortes and manages to shake her shoulder towards her body. Oh, my goodness. What was that? Madame Cain's nose has started to bleed. As the flood from Madame Cain's nose starts to increase the excuses of this vision of the room. Okay. Okay. This is really a good sign. Oh, yeah. Hey there, my kids. Good to see you again. Hope uploaded our AI into the protected surface servers. Now we are free to help as many people as possible. At the moment we are primarily repairing electronics and software for prefecture citizens. But we plan to expand it or benefactoring new products. Come back tomorrow we will have some new tech for you to try. Okay. The scaffold goes down six levels. We are almost halfway done. You'll need to see a mala to get an upgrade to your radiation armor. The area we will be traveling through today is even more irradiated than the nuclear complex. Several months ago, a thermonuclear device was detonated on the third floor of the scaffold. Mhm. Es ist schon seit dem Zeitpunkt. Das wird nicht sein, was die ersten zwei Level waren. Wir werden deinen Lament Arm ein Workout geben. Gehen in die Weapon-Shop und sprechen mit Amala. Sie hat ein paar Sachen für dich. Nachdem du sie abgeholt hast, werde ich dich außerhalb des Feldes. Hallo? Ja. Radiation field upgraded. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, den Endflur mache ich vielleicht noch. Gute Nacht. Ich bin bereit. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und wenn wir auf der Fallen sind, dann haben wir die erste Schlosser Schäffold. Ich bin ein sehr guter Mann. Vergehold, Old Town. Oh ja! Wir haben alles verletziert, insbesondere das Militär. Die Verletzungen waren in den Hunderten und Tausendien. Es gibt noch viel mehr, nur eine Verletzung. Wir machen uns den alten Verletzungen der Verletzungen. Es sollte direkt vorgehen. Okay, gut. Ich bin so vorsichtig. WTF? Okay. Okay. Na dann. Wieder als Ableckung gedacht worden, dass es auf jeden Fall funktioniert. Oh, so Schatten, die Explosion und die Wand gebrannt für alle Zeiten. Uh! Oh! 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 Die Flüge. Oh! Oh! Was ist das? Ja? Das ist ein Schiff, Perf. Das ist auf jeden Fall uruunübersichtlich da. Das ist auf jeden Fall uruunübersichtlich da. Das ist auf jeden Fall uruunübersichtlich. Was ist das, was ich jetzt schon da? Ah Recreation of this Oh, a little bit, but it's okay It's still going Look at this Half 4 today Like yesterday I'm still on I'm still on There's an old candle of the damaged shrine Using some measures from the Edison I'll delete a lighter with candles weak Hope I'm prone to see from behind Look so good at this Her eyes seem to be tearing up But wonder if you should say something When I was young My father would attend legislative meetings on this level of the scaffold I was always shy as a child I didn't want to play with other children I preferred to read Or do other activities by myself During my father's meetings I would come over And sit alone for hours and read Those are some of my happiest memories I just wish I had made more of an effort to talk to others Maybe if I hadn't isolated myself I would have been better prepared to protect the prefecture And my family Nobody is perfect But you're the only one trying to save this place That matters for something Yeah, by kidnapping someone Not exactly my finest moment It's a miracle we were able to find someone like you though To my knowledge There has never been a human that has wielded a lament arm What? Really? Yes, the few lament arms that do exist are used by death gods Or members of the dark assembly Death gods? I'm extremely curious as to how your sister was able to find lament arms For both of you Humans were never meant to wield the power of lament weapons Why that? Oops, let me smile at you Oops, stop laughing if you can't help but stop laughing too You and Hope share a rare moment of lamenting tonight Another question What would you say about the government movement? Wait, I keep meaning to know what the news is Oh yes This can be good that he talks about you Now, I don't even know why Fuck. Wo ist die Karte? Waxin Man who works with a security checkpoint in their neighbor road entrance say the military personnel are all acting really strange lately. He said they look weird too, like their faces are made of jelly. Maybe we should think about leaving this level for the night. Let's go to the surface, have a bad feeling. Hopefully they have already infected with Conclusion. They have already infected with Conclusion. They created a provisional government after my brother murdered the prefectural government. She tried her best, but the infection worked its way to the last. They are infected with Conclusion. They are infected with the Pseud. They are infected with the Pseud. They will be infected with the Pseud. oh 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 you're fucked oh no oh the �루 oh 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 you should have shot Ich bin so obskures Aber bitte, was wir im Kripp und was wir in einem so hitteln einfallen? Macho Das ist nicht das richtig, woher... Ich weiß nicht, ob es ein Wrenge ist, dass etwas in den anderen Begriff fließt. Okay. Repair. Das ist ein Passagier-Range, insofern. Okay. Well, the water inside is brown and caustic. Okay, let's see if it's not a bottom. Ich habe einen Diameter gemacht. Was ist das? Was ist das? Hallo, mein Name ist Hope, Herr Schwestern? Ja, Herr Schwestern? Sie sind? Sie sind? Sie müssen Sie schreien. Ich bin nicht der Typ, Sie schreien. Sie sagen mir, Sie nicht erinnern Sie Ihre eigene Freundin? Autumn? Sie sind noch immer noch? Ich kann nicht glauben, dass meine Freundin noch immer noch immer noch. Ja. 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 Wie soll ich das tun? Ich nehme den Boss selbst? Michael. Meine Freundin ist der Boss. Und sie ist zu sterben. Dann, was ist das Rest der Mission? Ja. 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 Du hast ihn so weit und nachdem. Du hast ihn auch noch mehr Zeit hey, wenn du dich für mich wirst. Du hast ihn nicht, wenn ich das nicht nicht behaupte. Du hast dich das nicht bereit sein können. Nun, wir schnell zusammen die Bickelspiele. Du gehst in die Arme, wenn sie 7 Bicycles in die Mechanics Shop rufen, oder? Mein Dicht ist Expetit. Ja, du weißt. Du weißt. Du weißt. Du. Ich glaube, ich weiß nicht, aber was ist da? Sie töten meine Familie, sie töten alle. Warum ist das passiert? Warum, warum, warum? Ich hoffe, ich hätte das Militär dann... ...einen Putschversuch nicht gewackert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sie waren sicher um Clues ausgesetzt. Ich weiß nicht, dass sie freibindig sind, oder? Ich hoffe, dass sie irgendwie... ...quasi... ...two tires... ...krei... ...dann die Lärmder anrufen... ...schau lange... ...pick... ...nach... ...da ist super, weiß nicht, was ich da noch für Deine brauche. Schwarz ist auch noch. Okay, jetzt ist ein Piddle. Ja, das war's. Was haben wir hier gemacht? Was haben wir hier gehört? Da war es etwas anders. Da ist es ein bisschen schwer. Da ist es auch etwas. Ja, das ist vielleicht auch etwas. Ich weiß nicht, dass ich da oben muss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Filmalo. So. 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 So eine blöde Aufgabe-Ingebiet. Also, wie ist es halt. Die Usage alles da. So. 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 Aber ich glaub... Aber das wird mir nicht gut machen. Das Spiel ist überhaupt. Das ist so fischig. Das ist so fischig. Ja. Ja. Ich liebe diese Karte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist, äh, ja. Alles sehr kurios. Ja, man kann dem Spiel ja eine gewisse Kreativität auf jeden Fall nicht absprechen, auch wenn es das sehr weird ist. Ähm. Es ist auf jeden Fall kein 0 auf 15 Horrorspiel. Das muss man dem, das muss man leidlos anerkennen. Gut. Na dann. Ich werde mich für heute verabschieden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abendfilial. Ihr habt noch ganz viel Spaß mit Ballwurst geht. Vielleicht schaffst du noch einen Kampf, dann kannst du dir gerne berichten, wie du dir tust. Und ich bedanke, wie du schon, fürs Dabeisein und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht, als später dir. Baba.